ein dezent kleines bäumchen würde ich einmal sagen servasi mal grüße ich bin hier am sogenannten treppelweg der führt in die eine richtung kilometerweit richtung wien und in die andere genauso weit richtung staatsgrenze und ja bin heute mal wieder ein bisschen unterwegs wir sind durch engelhardstetten durchgegangen durch schloss da waren aber so viele leute da habe ich eher noch gerade ein paar fotos geschossen und gar nicht gefilmt und möchte hier durchgehen ein bisschen zur donau ich weiß auch gar nicht und mir bis zur donau durchkommen tja heute mal normales outfit wir werden das ganze auf wegen ablaufen und daher brauche ich mich auch heute nicht ahnen möchte nur ein bisschen einmal wieder meinen fuß belasten mal schauen wie das funktioniert werden so an die sechs sieben kilometer werden und als weiteres will ich testen meine neue kamera nämlich heute ist die sony fdr x3000 im einsatz so und da bin ich schon gespannt was die liefert dann kommt ja wie immer von meinen rote funk mikrofon das dürfte auch wieder perfekt sein und ja jetzt schauen wir mal gehen wir ja wie gesagt wir laufen hier auf wegen durch den schönen anwalt also wirklich perfekt zum glück nicht zu viel gelsen ja auch was nicht einfach einmal überraschen was die gegend so zu bieten hat ja hier wirklich schöne ausblicke hier ist ein richtiger tierpfad runter aber wie gesagt das flussbett hier herüben ist ausgetrocknet ja richtige spielwiese für uns buschkrafter und hier auch noch so ein richtiger abbaumriese nach gewaltig herrlich anzuschauen ja hier im wegisrand steht auch schon das essen springkraut aber da sollte man natürlich schon in die blüten hinein schauen dass drin keiner wohnt endlich ein bisserl mehr wind herrlich die ist sicher drei meter hoch gewaltig ja so wie es ausschaut komme ich doch noch an die tonau herunter der weg war nämlich auf der karte gar nicht eingezeichnet hätte müssen schon viel früher abbiegen war aber keine chance da war nichts aber wir werden sich das gleich anschauen ja ich bin geflasht freunde ehrlich gesagt hier war ich bis dort überhaupt noch nie und extrem wenig wasser ja in den dümpel kann schon sein dass hier etliche fische gefangen sind die nicht meinen strom zurück konnten ich weiß nicht ob man das erkennen kann am handy aber ich stehe theoretisch schon im wasser ja das sind diese steingräben oder auch bohnen genannt die sind ja angelegt geworden um den strom etwas zu beruhigen das was man jetzt im vordergrund sieht ist der steinbruch daher das helle und dahinter der braunsberg ich werde den den teich da ein bisschen runter mal schauen ob ich da hinten drinnen im gebüsch ein bisschen platz drauf hin für ein käfchen ja ich weiß nicht ob man das sehen kann aber wir haben jetzt einen stand von 1,75 also wirklich extrem nieder ja weil hier steht normalerweise die donau und schwemmt das ganze an gewaltig kämpfen jetzt ein bisschen durch den dschungel noch durch aber ja ich glaub das plätzchen was schöneres werde ich nicht mehr finden es ist zwar nicht gerade sehr windstill da herinnen aber da werden wir ein bisschen was basteln ja zwei stangen die setze ich mir in den boden oder drei vier schauen wir mal ein paar tag während machen wir so eine wand kleine wie man es normal bei einem lagerfeuer macht und ja schauen wir mal ich melde mich nachher wieder dann zeige ich euch das so mein windschutz steht er ist natürlich nicht komplett ich das ja logisch aber so viel wird es reichen ja in der zwischenzeit ist es 16 uhr eigentlich Zeit für einen kleinen nachmittags snack gut ich habe heute mittags nichts gegessen und hier gibt es ein fix fertiges pizzabrötchen habe ich mir in der früge im bäcker mitgenommen und das werden wir noch zwischendurch verzehren Mahlzeit jetzt richten wir mal her fürs käfchen und heute habe ich wieder den kleinen bcb kocher dabei sollte reichen ja alles fertig und heute das ganze komplett unbuschkraft mäßig mit dem fahrzeug brennt auch schon ein bisschen geratsch dünn und Käfchenmaschine drauf ja der ist fertig ich höre ihn naja da ist aber noch genug drinnen das war nicht schlecht ja freunde mein altbewährter spruch wieder der erste gruß gilt wieder meinen ganzen krankensaison und der nachfolgende gruß an alle anderen Prost freunde ja mein windschutz etwas hat mir sicher geholfen obwohl der dazwischen bläst der wind ja sicher durch auch aber ja ist halt so hauptsache mein Käfchen ist fertig ich habe allerdings noch eine zweite alternative heute mit und das ganze tiefgekühlt der ist auch noch dabei den genehmigen wir am Heimweg ja ich weiß nicht ob man das hier sehen kann jetzt kann man es erkennen unten es ist Regen angesagt ja ich habe jetzt noch circa eine Stunde Zeit dann sollte es zu regnen beginnen es wird auch schon etwas drüber hier ja werde jetzt mein Käfchen noch austrinken zusammenbaken und schon langsam den Rückweg antreten und wenn mich der Regen überrascht naja ist halt so ja da hinten zieht es sich schon zu bei mir ist es noch halbwegs schön in die Gegend also da gehe ich sowieso hin das Bratzel nutze ich da einmal aus und dann den Schluck vom naja so kühl ist er nicht mehr aber Cappuccino ja kalt ist etwas anderes aber ist so ein bisschen gestärkt weiter gehts so so letztes Lückchen ah herrlich gehen wir und da steht es euch und macht sowas ich brich euch die Hände wenn euch das weiter wiesch das was ihr mitnehmt nehmt es gefälligst auch wieder mit heim so schaut es aus gehen wir so wir nähern uns wieder dem Schloss aber da sehe ich gerade ein Schild Beobachtungshütte die kenne ich nicht und das werden wir uns doch einmal anschauen gehen oder Schildfrohr ohne Ende aber dürfte alles ausgetrocknet sein natürlich ein herrlicher Platz für sämtliches Getier ja da vorne ist noch mehr Wegweiser der zeigt darüber naja dann gehen wir dort hin ich glaube ich habe auch nicht eine Chance da ist eine Hütte ja da ist jetzt extrem finster drin ja ich glaube leider wir werden da sowieso ein Pech haben weil da ist so hoch das Schildf und Gras da sieht man quasi nicht wirklich was ja was solls haben wir nicht gesehen da sehen wir nichts gehen wir ja und es ist soweit es fängt zu regnen an ja wie gesagt ich habe den Schirm dabei also da geht es nicht um mich eher um mein Funkmikrofon und die KM ist sowieso Spritzwasser geschützter ja schauen wir ob es so bleibt oder stärker wird ja hier unter dem Blätterdach bin ich ja noch etwas geschützter da draußen prasselt schon ordentlicher da werden wir einmal schauen ich bleibe noch ein bisschen unter dem Blätterdach vielleicht ist das nur ein Wolkerl ja Freunde wie ihr hört es wird wahrscheinlich auch nicht leichter werden sondern im Gegenteil ich werde mich hier an dieser Stelle gleich verabschieden ich werde mein Funkmikrofon einpacken und den Schirm ein bisschen näher an mich heranziehen ich sage wieder Danke fürs Mitgehen Danke fürs Dabeisein und sage Servus die Malung und vier Teich die Buen